Der 24. Das ist ein Dienstag. Hättet ihr Bock darauf, dass ich an Weihnachten, am Abend, also dann ist das aber wirklich abends, so gegen 11 oder sowas, wenn ich dann einen Livestream-Stream veranstalten würde und da vielleicht auch, weil gerade Weihnachten ist, ein, zwei Gewinnspiele veranstalte, sagt, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon so halten würdet, ob ich das gefallen tuten würdet, äh, tuten fallen, gefallen würde, so. Für jeden, der sich jetzt fragt, was ich gerade mache übrigens, ähm, ich möchte ein paar, paar nicht verzauberte Bücher, beschriebene Bücher herstellen und, ähm, ich will gerade überlegen, wo hatten wir noch mal, hatten wir überhaupt schon irgendwo Bücher? Nee, Bücher hatten wir keine mehr, ne? Hätten aber, ähm, ja, weil wir ja so viel Leder brauchen. Ach, ihr seid kühl, ich dachte, ihr seid scharfe. Und das ist auch ein heftiges Schwein. Oh, keins dabei. Uh, hier wächst aber auch gerade nichts mehr. Ja, okay, wir sind dann erst in einem anderen, in einem anderen Chunk, ne? Ja, und da... ...machen wir irgendwann mal weiter. Hat man nicht mal, hat man nicht mal eine Kartoffel? Das sind ja Möhren, oder? Sieht man gar nicht. Können wir auch mal wieder abernten. Müssen wir, glaube ich, gleich auch mal machen für die Kühe, damit wir ein bisschen Leder kriegen. Hier haben wir ein bisschen davon. Hier haben wir noch was davon, das wird, ja, reichen. Ähm, machen wir so, machen wir so. Oh, ist von beidem 13, genau. Und... Ach, schönes Lied, schönes Lied. Jetzt brauchen wir mal ein bisschen Weizen für die Kühe. Ich meine, die wollten doch Weizen haben immer, ne? Ja, ihr wollt Weizen haben, ihr zwei, ne? Macht ihr mal ein bisschen Liebe. Und da haben wir eine kleine Kuh. Oh, guck die, oh, guck die mal an. So ohne Augen. Bring mal mal die Mama um. Und klauen die das Leder. Ein Leder haben wir jetzt. Wuhu, wuhu. Gehen wir mal rein, machen wir schon mal ein Buch. Weil ich weiß auch nicht, wie so ein beschriebenes Buch funktioniert. Also wie man das macht, das weiß ich gerade gar nicht. Wollen wir denn mal so eine Workbench? Ach, der war da, ne? So, ähm. Ein Blatt Papier. Dann irgendwie und das Leder ran. Ging das mit der Feder einfach nur? Hat er auch noch so was dazu? Hier, guck mal, Buch und Feder. Dafür schreiben wir jetzt aber noch nicht. Was machen wir dann später? Das ist ja das Gästebuch, wisst ihr? Kann man Bücher eigentlich mehrmals beschreiben? Hm. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß nicht, was wir jetzt machen könnten. Ähm. Du, 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 du. Hm. Hm, Shit. Jetzt hatten wir drüben ein paar, ne? Laufen wir mal eben rüber. Ja. 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 So. Shader, Shader. Hier haben wir Shader. Denn. Ach warte, wir müssen auch mal eben. Das sind Treppen, ne? Genau. Treppen. Das. Hier, den ganzen Bröll tun wir mal eben weg. So. Den Rahmen auf der anderen Seite auch machen. Auf der anderen Seite fängt das ja nur mit Holz an. Damit es auch gut aussieht. Nee, so geht das nicht. Dann zack, zack und zack. Das sind so und so. Nee. Das müssen wir mal um Eck machen. Und zwar dann so und so. Zack und zack. Und so wird ein Schuh draus. Und dann nehmen wir uns das Schild zur Hand. Und dann. Und dann. Nach. Uppala. Nach. Organon. Hier geht's jetzt nach Organon. Ich nenn dieses Stadt einfach mal Organon. Einfach mal. Sehen. Mir gefiel der Name. Den hat mir gerade so spontan eingefallen. So. Und jetzt muss man nur noch hier einen Namen für dieses Dörfli hier finden. Und ich denke mal, dass wir jetzt irgendwas mit dem Hafen machen, weil hier auch ein Hafen hinkommt. Aber halt nur so eine kleine Anliegestelle, würde ich sagen, ne? Das war Lehm, war das jetzt, ne? Nee. Das ist Sand? Moment. Okay. Ich dachte, das wäre Lehm jetzt. Weil das so dunkel war. Muss man kurz wüsteln. Moment. So. Ich hab mich jetzt nur weggedreht, aber... Ist ja egal. So. Haben wir jetzt eigentlich schon... Wir haben jetzt Weizen jetzt weggelegt. Oh, ich bin ja auch... So intelligent. Ja. Was machen wir? Ja. Ja. Wollen wir das mal abbauen? Ohne... Axt. Brauchen wir das hier mal ab. Das sieht ja hier scheiße aus. Das wird mal nicht so abgebaut. Hoppala. Genau. Gehen wir mal zurück. Also stampfen wir uns mal das Weizen. Und ich meine, wir hatten da hinten ja ganz hinten... ...noch ein paar Kühe. Die können wir mal holen. Beziehungsweise direkt schlachten. Alles umzüchten. Haben wir da hier bei uns noch zwei Kühe. Aber wir machen es mal eben. Ne, haben wir gar kein Eisen und so dabei. Moment. Eisen... ...und Stickies. Haben wir hier irgendwo noch Stickies? Nö, aber hier haben wir ein bisschen Holz. So. Das hier rein. Hier rein. Hier rein. Das brauchen wir jetzt alles erstmal nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. So. Mehr können wir nicht ablegen. Dann gehen wir mal eben schlafen. Bei offener Türe. Sonst habe ich Angst. So. Machen wir mal eben hier. Das war mal ein lautes Lied. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Das sieht ja nicht so schön aus. Das war was, was ich mal mache. Difficulty. Normal. Dann. Game. Nein. Rule. Do. Mob. Spawning. Ist auch falsch. Machen wir dann True. Und dann machen wir mal eine Reise. Mal sehen, wie lange wir brauchen. Und dann machen wir auch danach. Lass einfach die Monster mal an. Wir haben ja auch genug zu essen dabei. Und ja, wir werden mal sehen, wie es läuft. Da hinten sehe ich schon eine Kuh. Sogar mehrere. Das ist sehr gut. Hier haben wir eine Höhle. Oh nein. Ach, hier wollten wir dann unsere, ähm, unser Bergdorf machen. Hey, lauf nicht weg. Alter, ich will dir doch gar nichts tun. Alter. Was war das denn? Dun, 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 dun. Noch ein paar Kühe. Da oben sehe ich, glaube ich, noch eine. Ach, das sind noch mehrere. So. Sieben erst. Boah. Neun. Ah, meine Nase juckt schon wieder. Da hinten sind noch zwei Kühe. Schade. Um das Eisen weggelegt, hätte ich jetzt mal ein paar bisschen Wolle noch sammeln können. So, wie viel haben wir jetzt? 15 Stück. Das ist ja schon eine Zahl, die ist mehr als drei. Und gleichzeitig haben wir noch ein schön bisschen Fleisch. Ja, 20 reicht. Wollen wir uns ja nicht übertreiben. Hier haben wir nämlich schön viele Kühe. Und wenn wir hier uns auch hinmal besiedeln sollten, kann man hier auch gut schnell ganz viele Kühe zichten. Auch hat sich das auf Normalstellen ja gar nicht gelohnt. So. Aha. Was haben wir denn hier? Ja. Ich höre hier Lava. Ich höre hier. Ich höre hier. Ich höre hier.